Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hofbergmann Reloaded. Wir starten unseren Stuhl, Korber ist unter und machen wir das Böses erwachen. Das wäre nicht so prickelnd. So, das war jetzt das dritte Feld. Jetzt machen wir noch drei, je kleiner sind zwei größer. Ich sehe gerade, dass da meine Tür offen ist. Warten wir mal kurz hier in den Ansicht. So, zack, Ordnung muss sein. Können wir beim Kuppern her, kriegen wir einen Stauklang hier in dem Trecker. Das geht nicht. Ah, der Himmel ist aufgerissen. Riech kaputt. So, ich habe mich schon gewundert, ob das so hell ist. Ich habe die letzten Folgen vorher auch noch so mitgekriegt, dass endlich mal der Himmel aufgerissen ist. Dann bekommen wir noch mal die Lachen. So, jetzt geht es dir. Dann können wir noch etwas tipp, aber noch ein wenig nach. So, jetzt werde ich noch mal die Lachen hier ausgerissen. Okay. So, jetzt schaue ich schon mal gut. So, jetzt kommen wir bei den Killen. So, jetzt können wir heute noch ein bisschen Knife machen. Ich würde mich nicht mitmachen. So, bitte auch. Sudeneh. Und weiter geht es mit der Gruppe Geschichte. Müssen es bald soweit sein. Obwohl das mit den letzten Fels ist, dauert es ganz schön. Auf welchen größeren Koffer. Das kann ich mit meinen Maschinen ziehen. Aus dem Horscht Activation Packet ist etwas größeres. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. Ich komme auch schon langsam hier. Auf den rechten Winkel zu gehen. So. So. Weiter geht es. Kommen wir wie blöde. Und es nimmt kein Ende. So. Als nächstes fällt man über den Doofenhandkörper. Das ist zu schief. Das geht kein Helfer hin. Da wird selbst CEP-Kratzen in dem Feld. Und das will wir sehen. Wir sehen uns. 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 Vollgas um und die Gegensprung. So, ich frage noch mal gut. So kommen die Gummis. Oh, ich fahre das ein Ander. So, jetzt einen Meter in dem Feld, dann haben wir es auch zum Glück geschafft. Dann können wir uns das nächste anfangen. So, mit Fallschwung fahre es. So, jetzt die letzte. Oh, vorletzte Bahn. Gucken wir mal. Ich hoffe, es ist die letzte. So, bei meinem Glück brauchen wir noch Stücke mehr. Das reicht nicht. Das ist die letzte. Schade, 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 schade. 32,50 Meter, die wir machen müssen. Flug zu schmal, Fluggruber zu schmal. So, auf zu Feld 2. So. So, schnell war Pass-Footie gemacht. So, schnell war Pass-Footie gemacht. Zack. Das haben wir ja fertig. So, jetzt haben wir ja fertig. инки gefahren. Ah, die Sefa. Ne, eigentlich nie. Fünft sogar zehn Minuten. So. So, jetzt noch mal hinten ran. Schmeiß noch ins Gemüse rein Sauber Pizzamas Heddy nimmt da nicht mit. Das sehen wir auch an dem Feldbereich. Das kann man nicht ändern. Mal schauen zu. Vorner springen wir in der Außenrunde. Der Treffer bleibt unten hoch. Vor dem Kreis fort. Sollte. Von der Geht. Sollte. Von der Geht. Vielen Dank. Jetzt geht es wieder berghoch. Auch die Außenseite vom Uhr haben wir schon mal so gut wie erledigt. Jetzt geht es wieder berghoch. So. Jetzt kommen die Außenseite. 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 Jetzt kommen die Außenseite vorbei. Jetzt kommen die Außenseite. 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 Und die Außenseite. Jetzt kommen die Außenseite. Und die Außenseite. Jetzt kommen die Außenseite. Die Außenseite. Jetzt kommen die Außenseite. Jetzt kommen die Außenseite. So delay. So muss man auch nicht noch zwei drücken. Okay. So, wir sind schon wieder fast am Ende der Folge, jetzt geht der Razi, Fazi in der Zeitung. So, wir haben jetzt am Ende der Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus, tschau tschau, sagt Euer Jase.